Hallo und herzlich willkommen, Salvete Spectatoris, zu einem weiteren Teil von Let's Play Together Rome 2 Total War mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow, und dem Dog Proof. Und wir haben eben sogar festgestellt, während ich am Labern bin, kann der Dog Proof schon heimlich essen, ohne dass man was hört. Wir kämpfen heute gegen die fiesen hinterhältigen Triballer. 4.000 Mann stehen uns gegenüber. Wir sind 1.000 Mann in der Unterzahl. Das wird eine happige Kiste auf jeden Fall. Ja, aber wir haben ja das menschliche Gehirn auf unserer Seite. Es ist funktionsfähig. Das stimmt, das stimmt. Und ich habe gerade ganz vergessen, du darfst natürlich auch noch deine Zuschauer begrüßen. Macht ja nichts. Hallo Freunde, der Spikotour, wie wir sehen, wir haben ein blendendes Wetter, Sonne, 30 Grad. Aber ich werde, denke ich mal, meine Truppen relativ weit hinten setzen, damit wir unsere Armeen besser vereinen können. Beziehungsweise meinen Spähtrupp und deine Armee, die jetzt daraufhin folgen wird. Genau, und ich würde sagen, wir ziehen uns hier so ein bisschen den Hügel hoch, dass wir Höhenvorteil bekommen können. Und ja, dann geht es ja los. Das wird jetzt echt eine heftige Schlacht werden. Die Schlacht wird groß auf jeden Fall. Von der Anzahl der Einheiten, ja. Jetzt müssen wir sie nur noch zu einem Triumph umwandeln. Ja. Tatsächlich. Das Gute ist, meine Garnisonsarmee wird ja auch noch dabei sein. So, da kommen schon mal die ersten Einheiten. Bonjour. Muss man natürlich schauen, ob er jetzt auch auf seine Unterstützungstruppen wartet, weil dann wird es... Er macht es manchmal nicht. Ja. Aber es sieht so aus, wenn er jetzt wartet, bis seine Unterstützungstruppen auch da sind. Also gut, wir warten mal noch gerade, bis meine Jungs alle hier am Start sind, ne. Und dann... Stellt euch mal alle darüber, Mädels. Ah, interessant. Wenn ich Geschwindigkeit beschleunigen wollen würde, musst du mir zustimmen. Das ist wahr. So ist das im Multiplayer. Verdammt. Habe ich kein Veto-Recht? Du bist ja der Volkstribun hier. Du müsstest eigentlich ein Veto-Recht haben, ne. Eigentlich schon. So, dann stellt ihr euch hier hin. Und ihr stellt euch hier hin. Ach Gott, ich habe hier noch andere Pell-Tasten. Ah, jetzt sehe ich das. Okay. Hier rüber, Mädels. So, die Kavallerie bitte auf die Flanke hier rüber. Den Kränten-General, den machen wir mal hier hin. Sehr schwere Geschoss-Infanterie. Interessant. Interessant. Okay, damit sind dann auch alle meine Einheiten soweit angekommen. Ich werde die jetzt mal gleich gruppieren. Letztlich mal rechts an die Flanke. Ja, und dann könnten wir uns jetzt mal so langsam, so langsam hier rüber bewegen. Siehst du es? Also hier hin, glaube ich gerade. Na, ich sehe leider nicht die genaue Aufstellung, aber ich sehe, dass du dich bewegst. Ja. Also ich mache es jetzt wirklich so, wir, also ich ziehe hier hoch, auf jeden Fall den Berg rauf. Und dann können wir so langsam so eine Bewegung hier rüber machen. Aber wir können es vergessen, dass wir ihn hier abfangen können, weil der ist einfach, äh, das sind erstmal so sehr viele Einheiten. Zweitens müssen wir so schnell rennen, dass... Er kommt uns aber schon entgegen, auch wenn seine Unterstützungstruppen noch nicht da sind. Ah ja, das ist ja schon mal gut. Jedenfalls bewegt er sich gerade. Ja, Tatsache. Aber das ist ja schon mal gut, da können wir uns ja so halb auf ihn zubewegen. Ja, blendendes Wetter haben wir da auf jeden Fall wieder mitgebracht, ne? Zeit, den Regenschirm zu erfinden. Ja. Wir brauchen einen Regenschirm, aber der wird erst in tausend Jahren erfunden. Nein, also wahrscheinlich gab es ja schon früher. Ich glaube sogar noch später. Obwohl, äh, doch im asiatischen Raum, glaube ich schon. Würde ich auch vermuten. Das hat eine hohe Tradition, aber im europäischen Raum, glaube ich, waren es da wirklich, äh, die Briten, die zuerst den Regenschirm hatten. Mhm. Der klassische Regenschirm ist, glaube ich, aus dem 18. Jahrhundert. Ah ja. Aber das ist jetzt wieder ein bisschen Spekulation von mir. Ja, ich baue jetzt gerade hier meine Frontlinie auf. Ich laufe noch ein bisschen hoch. Der ist jetzt auch gleich in Range. Dann. Ziehen wir mal die Kaff hoch. So ein hässlicher Ball. Seine Kaff kommt übrigens gerade auf deine Bogenschütze zu. Ich sehe es ja, ja. Da hat der Plänkel-Modus mal wieder wunderbar geklappt. Der Plänkel-Modus ist schrecklich. Ja. Äh, ich vergesse auch höchstens manchmal den auszuschalten. So, da sind dem seine Steinschleurer schon in Range. Jedenfalls für meine Truppen gerade. Jedenfalls für die Kühe. machen wir hier kopfgeldjagd an komm mal da weg mädels so einmal chargen bitte schaffst du es da drüben kann halt jeglich werden gegen die freien herr banner die mir gerade entgegen kommen aber ich bin gerade schon aber mein general ist ziemlich übermächtig aber er ist gerade gefallen dann bei meinem glück ist ja sensationell ja ja vor allem wenn die truppe noch 95 hat das natürlich eine fiese nummer aber es ist die flanke leer ich muss ein bisschen auf meine kavallerie aufpassen ja zieh die ruhig da lang weil dann kann ich mit meinen fernkämpfern den auch ein bisschen nehmen und ich block den dann mit meinen general bisher eh kein general mehr drin ist man warum kann man general keine sonderfertigkeit mehr einsetzen so eine scheiße so das ist die nächste fraktion fraktion sei schon nächsten freien herr banner den wir lieber aufmischen geht die mal ein stück zurück ach scheiße oh nein jetzt hat er mir warte mal ganz kurz muss man passieren machen wir pause bitte ja ja ich bin dabei der hat mir nämlich gerade ganz schön meine komplette einheiten aufstellung zackt und das da geht gerade irgendwie nicht so geil sieht geordnet aus aber noch nicht verloren ja 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 es ist es wird eine knappe schlacht auf jeden fall werden okay ich muss mal gerade hier meine meine truppe auf so jetzt muss ich mir das mal ganz kurz angucken wie läuft denn das hier drüben das sind ja eigentlich alles nur fernkämpfer da ist noch ein general und da sind noch eid geschworene okay so dann machen wir das jetzt mal ich muss mal ganz kurz ein paar einheiten hier separieren für die erste gruppe ihr bitte hier so die vielleicht nicht unbedingt so und ihr hier auf die eid geschworenen so und du und du kommst noch hier dazu ihr attackiert den so jetzt müssen wir gerade hier schauen also du attackierst die sollten abhält hast du und du und du attackiert die fernkämpfer und ihr ja so und ihr attackiert die fernkämpfer hier und jetzt muss ich irgendwie hier um seine flanke drum herum kommen okay alles klar dann können wir weitermachen gut so das ist die nächste armee von denen am fliehen komm hier runter näher du hier komm einmal chargen bitte und oh shit der hat mir mit seinem generalkrad eine einheit abgefangen das kann ja nicht wahr sein ne auch bloß ab junge ach ne mein general war noch am leben anscheinend weil jetzt gerade ist mein general gefallen oh bitter aber dann weiß ich nicht wann es vor warum es vorhin der text mal war vielleicht haben wir einen feindlich noch erledigt zwischendurch kann das kann durchaus sein ich muss jetzt meinen general allerdings schützen der krepiert nämlich gerade bin noch cover die kavallerie hass wir haben hier hinten noch vier truppen steinschleuderer von denen ja ja ich sehe es ist die keltischen und ich habe gleich keine munition mehr mit meinen bogenschützen wo ich die gerade ein bisschen ah die flüchten hast du noch kavallerie und willst fortfahren ja ja bitte fortfahren ja ja gut die flicke in der real hat er denn die feindliche armee jetzt ist schon wieder ein feindlicher tot ja man weiß ich nicht weil ich gehört habe dann bin ich nur wieder taubstummen nur taub doc nur taub so machen wir dreifache ne so ja mach ruhig dann schaue ich es vielleicht sogar noch mit meinen du musst es noch bestätigen habe ich habe ich habe ich habe ich sehr gut alles klar schieß genau ich schieß auf die anderen ja sehr gut ich hatte nicht vor deiner reiter jetzt kollateralschaden zu begehen der zeugen das wärs gewesen so achtung lass mal deine fernkämpfer stehen geht auf jetzt noch ein bisschen damit die bisschen beine kriegen ey schön dein chen flüchtet ja vor erschöpfung so geil zu viel regen auf einmal da bin ich ganz froh dass ich meine meine hotte hüse geupgradet habe jetzt haben die halt ein bisschen mehr durchhaltevermögen ja ok wo sind das war es ja dann flüchtenden einheiten dahinten na komm junge hautruf ok und jetzt und jetzt wo sind die letzten ähm ja ähm ich suche ok super ich habe doch zu welchem preis ich habe eine errungenschaft freigeschaltet meister taktiker ja aber guck dir das mal an weißt du wir haben gegen über 4000 mann gekämpft mit über 1000 mann in der unterzahl und wir haben 3425 mann getötet das ist schon der wahnsinn also da kann man sich echt nicht beschweren ich glaube der general von den gegnern hat mit einer einheit überlebt hm ja die andere truppe die unterstützungs truppe von dem hat auch einiges ähm behalten behalten ja ey aber ohne scheiß warte mal 1 2 3 4 5 6 7 8 19 11 einheiten sind das nur noch das waren vorher über 40 töten bitte warum will ich die versklaven ich will die töten ein edler tod oh gott nein echt ist mein general krepiert ja sehr schön bei mir ist auch dadas gestorben ich habe jetzt übrigens äh keinen seitenanführer mehr äh ist saugeil ah doch ich habe einen neuen gekriegt oh saugut das muss man also machen man muss den letzten general verheizen sehr schön ich sehne mich nach einem kampf und er sehnt sich nach einem kampf so so ja dann würde ich ja jetzt mal hoffen ich erwarte eure befehle dass wir die anderen einheiten alle sehr sehr schnell und sehr sehr gut töten können dass die auch keine verstärkung wieder bekommen weil dann kann ich mir nämlich naviss ausholen während die trager hier äh eventuell ist hier wunderbar hingeht und äh sich mit den makedonen mit den makedönern kloppt ah ich bin dran eigentlich noch oder ja du bist dran es ist immer noch deine runde ähm beziehungsweise der muss jetzt zwischen den turns angegriffen wir haben ja krieg erklärt und angegriffen genau 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 jetzt äh die müssen wir durch nein weil ich konnte nicht sofort bewegen und ich glaube wenn du in der schlacht warst dann geht nämlich der ähm wie heißt das der diese fraktions wechsel wechsel runden wechsel ding wie auch immer es heißen mag jetzt gerade ähm kann ich da nicht sehen ah das ist bei mir dann glaube ich ausgeblendet oder ich bin einfach dämlich aber es kann alles sein ich weiß es jetzt auch nicht ne aber naja so ich habe es einmal geschafft also nicht geschafft die vorräte zu vergiften aber ich habe wenigstens ein level up ich hätte eigentlich viel mehr einheiten von meiner garnitionsarmee verheizen sollen ja sehr schön ja aber dann haben wir doch jetzt eigentlich ähm die treballer bei den eiern dann werde ich da jetzt hingehen mit meinem spion hardcore vorräte vergiften und äh dann werde ich nach möglichkeit versuchen noch hier diese kleine klecker armee die söhne des smertrios aufzureiben und ähm ich werde mal dein also die unterstützungsarmee nach oben ziehen ja mach das weil ich will ja auch noch mal expandieren genau ja ne die hat mir auch das war mir auch eine sehr sehr große hilfe besten dank dafür ne also ja ähm vor allem ach jetzt werde ich sie wahrscheinlich aber verlieren wenn er sie angreift oder wie ja ja genau jetzt überlege ich gerade ob ich meine andere armee vorziehe um ihn zu blocken aber es funktioniert ja nie ich glaube du hast doch ähm ich glaube du hast auch mit deinem spion seine vorräte vergiftet war das erfolgreich nein schade weil sonst hätte er nämlich jetzt keine bewegungspunkte mehr ja ich will mal kurz gucken aber ich habe ja nochmal einen streiter aha habe aber die um hat auch nicht funktioniert der umsturz ach so Mist äh einzige was ich machen könnte die armee voll machen mit den truppen die ich in der anderen armee drin habe mhm komm taktisches meisterwerk bei sowas ähnliches wollte ich eh machen mhm weil ich ja dann wieder die möglichkeit habe die andere armee mit rekruten voll zu machen obwohl jetzt ist meine stadt auch offen obwohl da sind also ganz unverteidigt ist sie nicht ich erwarte eure befehle dann wollen wir eben noch ein paar Söldner auch wenn sie grad teuer sind also beziehungsweise günstig im ankauf aber teuer im unterhalt ja das ist wohl so das geld ist aber da warum ist raskus ein schiffskommandant mein aktueller kommandant in pulpu dewa ist ein schiffskommandant ach nee das ist mein das ist mein streiter what hä ne scheißegal so dann werden wir noch sperrkrieger rekrutieren in der armee dann hoffe ich einfach das beste was bei mir jetzt nichts schlimmes passiert ein ehrenhafter tot mission fehlgeschlagen ich kann peller nicht mehr erobern oh dann hat das jemand anders gemacht andere familie oder die zeit ist abgelaufen stiljakis und die lygis was werde ich gleich auch haben weil ich nicht petro da war erobert habe ah ja das kann natürlich auch sein ja weil ich glaube ich habe noch zwei runden die zeit gehabt so jetzt muss ich überlegen was kriegst denn du öffentliche ordnung in der provinz ist eigentlich vielleicht nicht so schlecht genug geld habe ich momentan auch machen wir ich nehme dich du kriegst direkt dein hotte hue upgrade so jetzt muss ich mal schauen den kann ich angreifen der hat ja nichts mehr ach du hast mirakulix engagiert ja ja den oloruss meinst du ne der sieht echt aus wie mirakulix ich brauche jetzt meinen würdenträger echt zum scouten das hätten sie ja humor mäßig rein machen können mit einem bonus auf zaubertrank braun genau kann ja auch der britische te sein aus asterix und obelix in britannien ach ja genau einer der besten finde ich aber auch bitte? ich finde asterix und obelix in britannien finde ich sehr gut den zeichentrick film jetzt oder insgesamt den comic den gibt es ja auch ne also sowohl als auch ja ah ja da ist ja noch einer der äh ich glaube das war der letzte neuere der halt schon recht gut aussah und noch immer sehr gut war mhm in amerika war er nicht mehr so dolle ne fand ich auch nicht mehr so gut da war ich damals noch im kino mit meinem vater und meinem bruder weil mein vater so ein großer asterix fan auch ist war der etwas enttäuscht ah ja so mein spion hat auch noch einen rang gekriegt das ist ja mal nice so dann habe ich ihm jetzt auch diese armee vergiftet ach tios klauen wenn ich die angreife kriegt er keine verstärkung so wie es aussieht hast du jetzt eigentlich die steuern gesenkt oder ne noch nicht noch nicht mache ich gleich aber wenn du mich schon mal dran erinnerst warte mal kurz ähm weil ich dachte ich frag nochmal ja 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 da fragst du richtig ja da fragst du richtig das ist schon ja das mit dem steuern senken das ist schon sehr sehr gut ja vor allem du hast ja nicht viele einbußen dadurch im moment genau ja ja bei so kleiner bei einem so kleinen imperium angriff ja okay er zieht sich zurück jauser ähm dann muss ich ihn eigentlich sogar sich zurückziehen lassen denn ich kann's mir jetzt eigentlich ich brauche auf jeden Fall noch die Verstärkung ich brauche zumindest noch Einheiten hm 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 summoned mal, Mädels. Also, ich will diese Artios Klauen wegfetzen. Wie viel Verstärkung kriegst du? 18 Einheiten. Das wäre schon mal nicht so schlecht, ne? Aber der, der kann, warte mal, der kann nicht abhauen. Ich muss es eigentlich machen. Ich muss es eigentlich machen und mit einem zweiten General hier hinten zur Verstärkung beispringen. Königliche Familie, ne? Der kriegt sechs Gravita, der kriegt pro Runde einen zusätzlichen Gravitaspunkt, ne? Aber in general müsste ich schon aus ihm machen. Okay. Dann machen wir das mal zuerst. Vermächtnis wieder einsetzen. So. Dann setzen wir mal deine fette Mutter wieder ein. Und, äh, dann wird's ja nicht mehr lange dauern, bis die ersten Abonnenten schreien, wir sollen die Einheiten, äh, die Armeen nach ihnen benennen. Äh. Ja, das wird passieren. Ja. Ähm. Warte mal, aber das vorhin, das war ja die doktastische Truppe. Oh, dann machen wir's, der doktastische Trupp. Dann geht das. So. Nehmen wir das, das sieht schön bescheuert aus. So. Ja, Bewegung ist, Bewegung ist eingeschränkt. So, warte mal, er hat ein, zwei, drei. Aber ich brauch eigentlich die, ich brauch eigentlich die Verstärkung, ne? Ich hab kaum Infanterie, die ist so angeschlagen. Und ich hab nur Infanterie. Aber zwei Runden, dann wächst meine Stadt und dann hab ich auch die Forschung fertig für, äh, ah, ne, hab ich ja schon, für die Pferdezucht. Ja, sehr geil. Jetzt hab ich die Forschung fertig für die Bronzeschmiede gleich, die nächste Stufe. Ja. Und dann würde ich erst mal sogar vielleicht im wirtschaftlichen Bereich noch was machen. Obwohl, was ist der Bonus hier? Verstärkungsrate. Hm. Okay. So. Ich hab noch, ich hab noch Geld übrig. Seid gegrüßt, mein Freund. Wir besprechen alles, was ihr wünscht. Doch bringt uns Worte, die unsere Herzen erwärmen. Aha, jetzt wollen sie auch ein Handelsabkommen machen. Das ist ja geil. Moderat. 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 Sekunde, wir haben's gleich. Ja, ja. Moderat. Moderat. Ja, dann gib denen doch mal vier. Warte, geben wir ihnen 800. Wir geben ihnen 800. Komm, das machen die. Nein, das wollen sie nicht. Scheiße. Sekunde, ich will noch ein Handelsabkommen haben. Och, komm, Alter. Eure Waren. Nein. Och, das ist doch. Du bist doch ein Hackenbangard. Ohne Witz. Also. Wir hören uns eure Angebote gern an. Aber wickelt sie nicht in Lugen ein. Die Geister kennen dich. Okay, gut. Ja, lass es. Dann machen wir's nächste Runde. Halt die Fresse. So. Okay. Wir haben Einheiten rekrutiert. Du machst so schlimme Ausdrücke im Let's Play. Ja, ich nehme das natürlich alles wieder zurück. Entschuldigt, ja. Hätte ich nie erwartet von dir. Nee, nee. Du hättest das am wenigsten von mir erwartet. Ja. Wenigstens kultiviertes Fluchen. Mhm. Und nicht sowas wie Fresse. Ja, ja. Ah ja, er ist nicht weit gekommen. Er plündert lieber in meiner Region. Ja. Ich sehe es, ja. So, ich würde sagen, wir machen aber jetzt auch Ende. Genau, ja. Und im letzten Part sehen wir, wie du den plündernden Haudrufi da vermöppst, der da mit den bronzenden Bären abgeht. Upraded. Ja. Und ich werde dann wahrscheinlich die Treballer vernichten. Ähm, das ist sehr wahrscheinlich. Gut. Dann sag ich tschau, bis zum nächsten Mal und jetzt kannst du deine Floske machen. Ja, also macht's gut, bis zum nächsten Part. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Pax, Wubis, Kum, Valete. Und vergesst nicht, bei Dogproof auf dem Channel vorbeizuschauen. Sehr, sehr guter Let's Player kann ich nur empfehlen. Tschüss.